Hallo und herzlich willkommen zu unserem LoL-Ranked-Duo-Game. Ich spiele Ezreal und Ferdi spielt Riven Top. Riven Main, Digga. Guck mal, es gibt so eine App, die sagt so, tust du deinen Skill mit dem Champion messen, ne? Und für mich steht da einfach Gold Performance mit Riven, Junge, was ist denn da los? Das ist ja scheiße. Ich bin in Gold und Gold Performance, was? Was? Yes! Die Zyra räumt ja richtig auf hier unten. Die macht die Gegner einfach mal alleine. Ich kaufe mir Sonntag ein Auto. Ja? Ja. Alles erkomplicht bei YouTube Money. Ich bin mir vor, wir würden so viel kommen, aber... Oh, das wäre mal richtig nice. Das wäre dann einfach mal so viel mehr als Null. Ich bin aus hier. Okay. Ich finde es gut, dass sie nicht Bot ist. Weil wir halt kaum rein forschen. Ja, sie hat halt jetzt eure Zeit verschwendet hier oben. Ich meine, sie hat mir halt die paar Sekunden zum Lane zurücklaufen verwehrt. Oh! Oh ja, nice, Digga! Schön, noch ein paar Türme schuss fressen. Hm? Schön, ein paar Türme schuss fressen. Danke, danke. Ein bisschen Brüsch noch drinne, ne? Okay. Nein! Nein, Junge! No way, man! Lucky Bastard. Das war bei uns beiden einfach richtig knapp. Er hat sich entwickelt, während ich über die Dante spiele. Er hat mich sogar gestunnt. Nice! Oh fuck! Dieser Siren hat so ne Damage! Ich teile das nicht. Nein! Fuck this! Viel Leben. Ah. Ich hab keinen Wild, leider. Das ist ja auch von hinten, was ich wirf, aber... Ich hab da so boostiert gerade. Ja, guck mal. Ich wusste halt, was er da machen möchte. Ich krieg nicht mal was ist. Ja. Guck mal. Ich wusste halt, was er macht. Der Triss Tower-Schutz, gell? Ich hätte einfach Flashes dann Auto-Effekt machen müssen, ne? Dann wäre er tot gewesen. Hab ich auch gemacht, aber seine Ult hat er irgendwie so gecastet, dass mein Weh nicht durchgekommen ist. Und ich würde... Also ich ging nicht mal auf Cooldown, weißt du? Du schaust grad ein bisschen schief, oder? Wieso? Weil du geneigt bist. Ja, was? Nein. Ich habe aber nur ein bisschen... Moolock! Es hat mir gut genug... Oh, fuck, meine Leid! Ja, aber die ist halt Ultras-Ultras-Traum, glaub ich, die ich gewann habe. Ich hab zwei Qs hintereinander durch Mindjans geschossen. Du bist doch Siegentier. Ja. Das heißt, der ist stärker. Ach so. Nein, mit Morgana zusammen ist er stärker. Wenn ich meinst, kann ich ihn töten. Würde ganz so Damage-Test an Niederlebe machen, aber... Easy. Was denn? Ach du Scheiße. Ja. Haben gewonnen. Oh, oh, die hat disconnected. Rage quit. Okay, tschüssi bursi. Mach das, mein kleiner Freund.